So Freunde, weiter geht's mit Donkey Kong 64. Ja, was steht an? Es steht an was ganz tolles. Wir gucken uns das einfach mal. Was geht ab? Du hast 19 Bananenmedaillen? Sind die echt? Du hast sie bestimmt gefälscht. Ähm, meine Überraschung? Nun, ich habe hier ein kleines Spiel für dich auf meinem Computer. Du brauchst 5000 Minuten für die Schutz auf eine Rehabilitation. Okay. 5000? Ja, wo sind wir denn jetzt? Hier? Deh, 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 deh. Wie geht das nochmal? Achso. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Hilfe! Sag ich noch. Und... Füllen! Eh! 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 Das ist echt anstrengend hier. Wie viel seid ihr Raumfahrer? Noch mehr? Noch mehr füllen, noch mehr füllen. Kein Problem. So, hier. Und jetzt holen wir uns den noch. Und wieder nach oben. Und... Scheiße! Das ist doch kacke hier. Entschuldigung. Ähm... Den. Schreib ihn dir. Du musst nur gut aufpassen. So, hier nochmal. Wow, 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 wow. Was? Das war für dich. Das war für dich. Das war für dich. Gleich nochmal die ganze Schose hier. Äußersten Notfall. Schneide ich euch das zusammen. Weil das wird ja wieder nichts hier gleich gestorben. Das ist ja armselig. Hilfe! Ach komm. Also ich finde das auch ein bisschen schwer. Na ja. Ganz ehrlich jetzt. So. Und stell mich einfach zu blöd an. Ja. Okay. Okay. Eine Sache mag ich schon mal. Ich weiß gar nicht mehr wie die Taste das war hier. Wie war das? Gut. Wie ich nicht immer den Kack anfangen da sehen muss. Hallo. So. Und jetzt. Geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Und sterben. Geil. Ich hasse diese Scheiße. Hat sich das ausgedacht. Dass man so mit Donkey Kong mit dem Kack-Controller hier spielen muss. Frech. Einfach nur frech. Einfach nur frech. Nach oben. Heiliger Geppetto. So. Und jetzt. Gott sei Dank. Weg hier. Tschüss. Kommen wir wieder. Scheiße. Ich komm doch wieder. So. Ist das noch neu? Ja. Nee. Du. Ist klar. Ja. Komm. Ja. Ja. Komm. Das ist doch für ich. Alter. Das ist ja ein bisschen Scheiße hier. Pfff. Das. Das, 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 das. Panaceo. So. Das ist doch krank. Jetzt mal ganz ehrlich, das mit so einem Controller. Ja, komm, direkt mich an den Füßen. Direkt hier das Spiel hier. Fliegen da überall gegen die Teile. Ja, sicher. Ich krieg gleich richtig Wut hier. Erstes Folge und fängt ja richtig gut an. Wo soll man da auch hinsprechen? Hier ist alles voll von diesen Kack-Viechern hier. Ich mach lieber nochmal. Hier ist wirklich alles voll von diesen beschissenen Kack-behinderten-Drecks-ja-behinderten-Teilen. Holt mein Stuhl jetzt mal nach einem halben Kilometer weg. Hallo. Jetzt halt nicht, ich kann schießen. Das hätte man auch immer früher sagen können. Das ist ja wohl das. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja also... Das ist ja wohl... So, ich hoffe mal das funktioniert wieder alles richtig, weil zwischenzeitlich, äh, OBS hier, also das Aufnahmeprogramm, komischerweise das Spiel nicht mehr erkannt hat, ja ganz toll, äh, nein, so nicht, das ist ein richtig schlechter Speicherpunkt, egal, so, jetzt kann ich nämlich auch hier jetzt irgendwie Z drücken, um stehen zu bleiben in der Luft, das klappt ja sehr gut, so, warte, ich speichere das nochmal so, So, wir sind wieder im ersten Level, weil ich verkackt hab, elendig, ich weiß jetzt nicht, wie ich das geschnitten hab da, aber verkackt hab ich so oder so, Blau Forest So Auch der war jetzt fies Der war noch fieser, das ist doch behindert, also tut mir leid, weil die Spieler sich Das ist echt wie ihn Das ist echt kranker scheiß, einfach noch Ja Drecksscheiße hier Kannst du alle tausendmal abschießen Komm immer wieder Ich muss mich wieder anders hinsetzen Das kann ich das nicht Auf geht's Musik 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 Ja, herzlich willkommen zurück Und nein ich werde dieses verkackte Drecks Mist Spiel Nie wieder spielen. Das ist ja wohl das Schlimmste Spiel, was ich in meinem Leben Jeden spielt Kacke Das war so random alles Nie Wieder Nie Wieder Da das jetzt die ganze Folge gedauert hat, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von DokiKong64 Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss Musik 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 Musik